Ja und der zweite Satz eine klare Angelegenheit für Agassi 6 zu 2. Nur der dritte Satz, dann doch etwas enger, Tiebreak Entscheidung. Aber auch hier hat Agassi entscheidend die Nase vorne. 5-4 Führung und zweimal Aufschlag. 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 Und dann Simmerink und urplötzlich Satzball für den Holländer. Heute auch noch eigener Aufschlag, aber wir haben ja schon in diesen Phasen, in diesen wichtigen Phasen schon einige Doppelfehler. Und Simmerink und links. Diesmal zwar kein Doppelfehler, aber der zweite Aufschlag zu kurz. Das ist ideal für die Attacke des Andre Agassi. Wir haben bei Brett Gilbert im Bild seit einiger Zeit der Mann an der Seite von Agassi. selbst ja eine Weltklasse-Spieler. 7-6 für Simmerink. Zweiter Satzball für Simmerink. 1-6 für Simmerink. Diese Position in die Elite. Treffer. Der Andre Agassi. Schön zum Ball kommt. 8-7 für Agassi. Match bei Andre Agassi. Danke. Zu sechs steht im Achtelfinale der US Open 96.